Wusstest du, dass schmerzhafte Erfahrungen nicht nur in unserem Geist, sondern auch in unserem Körper ihre Spuren hinterlassen können? Aber wie genau geschieht das? Können unsere Organe wie Nieren oder Knochen sich tatsächlich an belastende Erlebnisse erinnern? Unser Körper und unser Geist sind wie enge Freunde, die sich gegenseitig beeinflussen. Wenn wir traurig oder ängstlich sind, kann sich das auch in unserem Körper manifestieren. Vielleicht fühlen wir einen Druck in der Brust, einen Kloß im Hals oder Spannungen in den Schultern. Es gibt sogar Menschen, die berichten, dass sie bestimmte Schmerzen oder Beschwerden in Verbindung mit bestimmten emotionalen Zuständen verspüren. Zum Beispiel könnten sie Kopfschmerzen haben, wenn sie gestresst sind, oder Magenbeschwerden, wenn sie Angst haben. Ein häufiges Beispiel dafür sind Rückenschmerzen, die oft mit emotionalem Stress oder seelischen Belastungen in Zusammenhang gebracht werden. Der Ursprung dieser Schmerzen liegt nicht nur in einer schlechten Haltung oder körperlichen Überanstrengung, sondern kann auch durch emotionale Spannungen verursacht werden. Ähnlich können Magenprobleme wie Sodbrennen oder Verdauungsbeschwerden auf tiefer liegende emotionale Belastungen zurückzuführen sein. Manchmal scheint unser Körper mit uns sprechen zu wollen. Wenn unser Verstand versucht, unsere Gefühle zu ignorieren oder zu unterdrücken, kann es sein, dass wir körperliche Schmerzen verspüren. Diese körperlichen Beschwerden können wie stumme Hilferufe unseres Körpers wirken, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass etwas nicht stimmt. Es ist wichtig, unsere Probleme und unsere Gefühle nicht zu verdrängen. Wenn wir lernen, auf unseren Körper zu hören, können wir besser verstehen, was in uns vorgeht. Unser Körper ist wie ein treuer Begleiter auf unserem Lebensweg, der uns unterstützt und darauf hinweist, wenn wir uns selbst vernachlässigen. Indem wir uns selbst besser verstehen und lernen, auf unsere körperlichen und emotionalen Bedürfnisse zu achten, können wir letztendlich ein gesünderes und erfüllteres Leben führen. Unser Körper ist wie ein Buch, das uns die Geschichte unseres Lebens erzählt. Wenn wir lernen, die Zeichen zu lesen, können wir uns selbst und unsere Bedürfnisse besser verstehen. Nimm dir also Zeit, auf die Signale deines Körpers zu hören. Wenn du Schmerzen oder Beschwerden verspürst, versuche herauszufinden, ob sie eine tiefere Bedeutung haben könnten. Sei offen für den Gedanken, dass emotionale Belastungen sich auch körperlich auswirken können. Suche nach gesunden Bewältigungsstrategien, wie zum Beispiel regelmäßiger Bewegung, Entspannungstechniken oder dem Austausch mit vertrauten Personen. Und vor allem, vergiss nicht, auf dich selbst zu achten und dir die Zeit zu nehmen, dich um deine körperliche und emotionale Gesundheit zu kümmern.